Hallo meine Lieben, soll ich euch mal erzählen, wie mein Vormittag war? Gerne, denn es gibt hier nirgendwo diesen Kempschekuchen zu kaufen. Also was habe ich gemacht? Diese ganzen Flyer im Dorf verpinnt, bis dann der Typ vom Ordnungsamt kam und mich fragte, was läuft falsch bei Ihnen? Was falsch bei mir läuft? Ich bekomme hier nirgendwo Kempschekuchen. Na und? Sagt er. Dann bestellen Sie ihn doch bei www.kem-hamburg.de.